Hallo und herzlich willkommen zum Test der Tosh Pyro 48 richtig geile Fächerbatterie von Tosh Pyro produziert von Xplode. Wir haben hier 36 Schuss, 18 Sekunden brennt er also relativ schnell durchbrennen, 500 Gramm NRM fast, 25 Millimeter Kaliber. Hat einen ähnlichen Effekt wie die Double Deck Red von Xplode, nur hier eben mit pinken bzw. purpuren Sternen, was das für mich meiner Meinung nach noch ein bisschen eleganter macht. Ausgepackt ist hier einfach nur schwarz, aber wir gehen jetzt erstmal testen. Viel Spaß!